Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT. Ich darf heute auch mal die Antwort machen, was Atta mir ja sonst immer verbietet. Wo sind wir dabei? Sind der Atta? Ja, ich töte Flyke. Und Sonic. Noch der auch. Der Flyke. Ich töte Atta-Boom. Find ich gut. Der Malex. Hallo. Äh, der Mathis. Ey, was ist das hier eigentlich für ne Map? Ich find mich ja einfach gar nicht so echt. Hallöchen. Und meine Wenigkeit ist Sonic. Ich geb die Runde frei und wünsch euch viel Spaß beim Atta-Töten und äh, verdammte Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein, was das so Scheiße ist. Oh nein. Oh mein Gott. Das Spiel ist scheiße. Der war, der war, der war, der war, der war fast Flash. Alter. Entweder Sascha oder Malex. Nö, was? Einer von euch beiden ist es. Wie kommst du darauf? Weil direkt neben mir das Ding aktiviert wurde. Du hast, äh, das Geräusch gehört. Atta kann sich auch sein. Ey, das, du, das war der, äh, äh, das war der. Das ist der Random Mart. Der Random Mart. Vielleicht. Der Random Mart. Achso, ich dachte das wäre das schneller langsame Teil vom Traitor. Der Random Mart. Ist das geil? Wieso sagen ich wäre es? Oder es war Nick? Weil das kann nur ein Date. Ja, gut. Ich dachte das wäre das schneller langsame Teil vom Traitor. Das gibt's nämlich auch. Ein Gefühl. Ich hab Hellseherkräfte. Achso. Sonne. Ja, ich mach das jetzt einfach. Ja, was ist das für ein Lab? Ich hab keine Ahnung. Warte, ist das hier für ein Raum? Ist das ein Sicherheitsraum oder was? Ich habe keine Ahnung. Und ich geh hier ständig im Kreis. Ach, hier ist ja auch ne Tür. Oh, ne Fenster auch. Die kann man zerschießen. Ich bin der D-Clang, das ist mein Büro. Geh raus. Wie lange hält der? Okay, warte. Das ist runden Ende. Tür zu. Willst du mal weggehen? Okay. Warte, ich komm hier gleich hin. Aua. Ey. Aua. Malek. Was denn? Nix. Nein. Gibt's ja eigentlich irgendwo auch nen Ausgang, also nach draußen? Keine Ahnung. Es ist hier irgendwo noch nen Weg. Maleks. Machst du das gerade? Was denn? Hast du getötet? Nein. Nein. Verrückt. Hallo. 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 Bei mir bugt das die ganze Zeit rum. Ich hab Sascha gefunden. Ja das ist wegen der Geschwindigkeit glaube ich. Deta lebst du noch? Aja. Ich komm gleich. Oh Gott. Nemesis ist auch da. Gott ich glaube Nemesis ist glaube ich neja. Halt ja wiederholen. Ich hab ja davon immer die Brand hier geschmissen wo keiner reinkommen kann. OJ damit ich nicht raus kann oder was? Oh Gott. Oh. Hi Nemesis. Ich glaube das ist es. Die Zeit geht ja auch schneller vorbei. Ah oh ja. Es ist es. die vier minuspunkte krieg ich wenn ich ihn töte ja gut wollen wir uns hier verkehnten wir haben nichts gesehen das gibt ja so toll auf die stöcke jeden der jeder der hier reinkommt ja aber ich traue dir trotzdem nicht ja ich ja und ansonsten haben wir noch ein traiter oder ja mich zwei haben wir wir haben zwei mich ja und aktuell haben wir ein und ich mach ich denn ich suche auch die anderen also ich meine da geht er nicht wenigstens ich habe keine kredits ich habe ja nicht vielleicht gelegt hat er nie vergessen was ich war gelacht doch immer wieder nur machen ich dachte warum kippen ist der dicker der decke hätte ich geweiht rein für jeden ist jeder dieser runde auch seine stimme auf mit ihm ausstellen bei der geschwindigkeit auch schon lustig spiel das video einfach in doppelter geschwindigkeit ab ich bin nicht so langsam das rennt ja viermal so schnell wenn ich heute traiter werde dann wirst du leiden wer hat er getötet weiß man das ich kraft ich habe ihn nur ich danke da kommt so etwas ist das sonne ich glaube ich auch ohne waffe rum ja okay ich stelle mich ich kann mich hinstellen Nein, du killst mich. Du wirst sehen. Moment, du kannst ja auch noch feiern. Was ja? Nee, ist tätig. Hier. Wie bist du? Ich hab Angst. Ich hab noch 23 Leben, weil ich angeschossen wurde vom Flagg. Ich hab keine Waffe. Und ich lauf rum in einer Inspiration. Ja, falsch. Falsch. Hä? Ja. Aua. Aua. Ach, da oben. Äh, sorry Sonic, wenn du's nicht willst, aber... Eigentlich dachtest du, dass Adder getötet hat. Gut, das war jetzt anders als erwartet, aber dennoch. Nein, ich bin unsichtbar. Hä? Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, hier lag einer. Lass mich hier rum. Nein, 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 nein. Was? Was? Verrängst du dich? Mann. Ich war's übrigens nicht. Du brauchst nicht, aber wer... Lolf. Lolf bei dir ist fertig, Alter. Wer hat denn ein Adder getötet? Rache ist süß. Shanto, oder? Was? Ich hab dich getötet, ja. Der Adder ist umgefallen. Ich musste kurz weinen. Der miesen Wichser. Jo. Der hat mir die Shotgun vor der Nase weggeklaut. Ich musste kurz weinen. Du hast, du hast, du hast, du hast. Dieses Spiel ist doch... Ist doch echt nicht deren Ernst, ey. Darf ich töten, oder? Nein. Du hast einen gut, äh, Sonic. Ja, geil. Ich hab ne Huge. Beste Waffe. Irgendjemand hat ne random Nades geschlossen. Oh, Xanto, kaufst du gerade? Das ist aber nicht intelligent. Nein, lass mich mal durchs Dach. Das ist dieses Spiel. Habt ihr... Kurze Frage an alle. Mögt ihr Adder Boom? Nein. Nein. Nein, nee. Nicht mehr. Oh, nice. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja nicht random, haben wir eben schon gehabt. Gibt's hier irgendwo ne Waffe? Ja. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wow! Hui! Oh, oh. Nicht gut, jeder. IncidARY! Oh, ich könnte hier nicht irgendwo mal ne ordentliche Waffe legen. soh, hey Xanto, hey. Willst du eine P90 haben? Dann mach die scheiß Tür auf. Würde ich nehmen, aber ... Kauf's für einen. Oder musst du nicht töten, dann kriegst du sie. Ja, das ist die bessere Alternative. Wo bist du, Adder? Wo müssen sie erst eine kaufen! Ja, dann fahren wir. Ja, so. Was ist ein Mikro rastet denn da so aus? Keine Ahnung, Sascha, du hast doch einen Lego erschossen Ernsthaft? Ja Ich krieg dich Hau ab, mach einen Abgang Ja, geh weg Hallo Hallo Kriegst du auch mal Schaden? Nein Merke ich, warum nicht Warte mal Ich hab grad so ein bisschen was vergessen Was machst du denn? Was hast du vor? Das kann ich ja Ich such nach ner Waffe und find ne Rifle Alter, das kann nicht sein Sonic, warum eigentlich? Was ist das? Ich weiß nicht Was suchst du da Xanto? Ich hab ne Inzender, die wollte ich eigentlich wegwerfen Nee, nee Doch, doch Nee, nee Hey, wieso krieg ich denn jetzt Schüsse ab? Warum bist du noch nicht geschossen? Warum denn? Alter, wollte ich mich verarschen Aber jetzt Zeig nicht das Second Chance Hä? Wo ist Sascha hin? Ach, ist der da oben? Aua, aua, aua Oh Gott Nee, ist das Maliks Sascha? Oh mein Gott Oh mein Gott Wieso sterbt er nicht? Nein Sag mal, ist der Typ unsterblich oder was ist los mit dem? Komm mal her Wieso ist denn die leer? Ja, Alter Ich bin unsterblich Ja ohne Spaß, ich krieg keinen Schaden Was ist los mit dem? Ich komm hier nicht mehr raus Ah, erster Tag Null Warum wollte ich hier raus? Ich muss dich jetzt schon wieder sterben Dich gewacht Alter Du spielst so weiter Ich bin schon wieder gestorben Einfach so Nice Dritte Runde heute Du warst mit Sascha in einem Raum Einen auf ihn zu schießen Du weißt wie schnell alles war? Ich renne raus Ja, ja Ja, ja Ja Ich bin alle auf die Schuhe Wer hat mich jetzt schon wieder gedeiht eigentlich? Nein, das ist immer schon meine gewesen Aua, was soll denn die scheiß Incendary hier am Spawn? Was soll denn so ein Kack? Oh man Was weißt du, was tut hier? Ich wurde einfach von hinten angeschossen, was soll das? Ich hab nur noch 85 gegeben Alter, warum hast du eigentlich einen scheiß Headshot mit einem Rifle im Kopf überlegt? Hätte schon den Kopf, genau Das ist typisch Atta Weil ich 150 live hatte Ja, okay Wir hatten alle 150 live gestorben Achso, okay Ja gut, dann kann das sein Oh lol, da oben ist ja ein Vend Oh lol Oh lol Oh lol Ich glaube, Sonic ist gar nicht storben Er hat gerade so auf seine Tastatur gehauen, das muss Sonic Aua Xanto Xanto? Warum bin ich schon wieder? Ich weiß gar nicht Wie schnell ist es tot? Ich glaube, dass es Xanto war Ich vermute, dass der Mörder hier drin ist Ihr bremmt überall Ihr habt einen anderen Arsch offen Ja, Xanto ist Ich bin doch gar nicht hier Ich bin doch gar nicht hier Ich bin doch gar nicht hier Was denn los bei dir? Lass auf Aua, Aua, Aua Nicht, ich bin's davon Ich bin doch auf Ich hab doch gesagt, ich bin's nicht Mann, der Dete, Alter Brennt da oben So Dete Alles klar, ich bin bis zu See Aber mir ist das egal Ich hab den Dete gefunden Der ist gebotet worden Ey, wir haben schon wieder die in See gespielt Ich Ich Alter, ich hab gesagt, das ist mir egal Mann Geh doch da hoch, du Krüppelkopf Dumpelkopf Was geht ab? Ach, lebt man natürlich die Leute hier Drei Credits geh So Was seid ihr denn alle? Hm? Hier Learn to play Wien Das ist wie das Lass mich erst mal eine flögtige Waffe suchen Das ist aber auch nicht in Nahkraft zu gehen Ok Wer macht das Aber noch eine tote Leiche Das war eine vernünftige Waffe Rechts rein. Okay. M16. Na super. Meine Sprungtaste ist kaputt. Ich schwitze. Ja. So, Ästhetik. Kommst du her? Ich? Okay. Ja. Yay. Schon wieder gestorben. Übrigens hab ich von allen in den Rücken geschossen mit der Huge. Oder was auch immer das war. Dieses Spiel ist scheiße. Wer war doch schwack mit der Incendary direkt zu Rundenbeginn? Ich. Wow. Toll, Alter. Nee, das war nicht Arthas. Das macht der eine. Er schießt mich an. Ach, das war die letzte. Guck meine Aufnahme an und wirst du dir, dass ich wie jetzt auch hier eine Incendary aber in die Ecke schmeiß, wo keiner ist. So, dahin. Wo? Erstmal hinlaufen. Alter, das kann doch auch sein. Halt auf. Ich hab mir Lust mehr auf dieses Tracksteam. Was ist los, Sonic? Ich hab ein bisschen Karma zieht dir jetzt. Oh, das kann doch nicht, Mann. Das kann doch nicht, Mann. Das kann doch nicht, Mann. Mann, ey. Das kann doch nicht, Mann. Hallo, ey. Oh Gott. Ich will nicht mehr. Oh, oh. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Oh, nein. Warte mal. Tauscht sie? Oh, nein. Ich hab keine Waffe, Hammer. Oh, nein. Oh, nein. Ich hab so keinem überleben. Aua! Ich krieg Schaden. Zum Teufel bin ich. Nein, was? Warum? Tato's hört. Warum? Malik ist auch schon verletzt zu stark. Alter, ich bin vorne in deine Incendary reingelaufen. Kann nicht sein. Die hab ich hinten in die Ecke geschossen. Da ist keiner hingelaufen. Ja, ich bin doch, ich bin extra reingelaufen. Oh, Tür. Warte, fuck. Vielleicht wird meine Richtung geändert. Ja. Ähm. Okay. Alter. Das ist der Effekt vom Random Art. Ja. Bullshit, okay. Achso. Ja, musst du mal lernen. Lesen. Ich hab noch 25 HP. Magst du mir helfen? Ich will daran. Ist das ne Scheiße hier. Geweckshandlung. Alter. Ich komm nicht mehr durch die Tür durch. Ich musste mir ne Waffe kaufen. Ich konnte nur nichts zum Heilen kaufen diesmal. Ach, das ist ein Leiter. Das ist eine der schlimmsten Sachen, die man mit dem Random Art kriegen kann. Die Rotate in another way. Das ist ne Leiter. Interessant mal. Alter. Alter. Also, einen Balanceakt kann man damit nicht machen. Sascha. Ja. Wenn du einmal jetzt in die andere Richtung rückst, dann töd ich dich. Das ist aber frech. Ich mach das nicht. Mach das nicht rausgekommen. Dann ist es, hat scheit'n schönen Diegel klickt bekommen zu haben. Äh, hi Alter. Oh Gott, ist das... Ich hab übrigens auch eine Diegel. Beim Ziel ist das... Alter, mit der Diegel wahrscheinlich. Oh, der fuck, hier ist ein Bumerang an die Formel geflogen. Oh mein Gott. Möchtest du überhaupt deine Sekundärwaffe wechseln? Der Bumerang? Was? Oh mein er? Alter, was ist denn das denn scheiß mit dem Item? Ne, ist kein Bumerang an die Formel geflogen. Ich hab ihn eingesammelt, hier. Okay, rechten Hellshot. Wieso? Moment, hier ist die Schrottwinde, das ist besser. Ja, Sascha, das ist ja noch nicht von mir. Ach so, vielleicht mit dem Bumerang. Da ist fuck, ich verliere dich. Das schaust von die Orientierung hier. Komm schon hier. Ja. Oh mein Gott. What the fuck? Äh, wer ist das? Oh Gott. Mann, Mann. Ne, 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 ne. Der Bumerang will ich aber behalten. Ich seht, deine P90. Oh, da liege ein ohne 90. Ja, äh, jetzt mal kurz testen und dreht so ein. Den Bumerang behalten, gibts ja gar nicht. Ja, ne, 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 das ist meiner. Der dreht immer ne gleiche Richtung Sag doch Sascha ist es. sens, nein. Abhol der dreht ja nicht mal immer die gleiche Richtung. Sascha, mein Move an der Leiter war geil, oder? Hä? Dann ist immer danach noch levels. Alter ne Leiter! Ah, warte mal. Alter, was ist das heute für ne random Runde? es ist vielleicht das heißt hier war da was da drin sein das ist wirklich erlösen von der runde ja aber machen wir andersrum okay das kann ich auch gerne machen ich bin zufällig money für meine karte ich kann eine neue dann macht das mal kurz ja ich bin ich bin es dir du bist der letzte okay ich werde dich mit zwei so richtig das ist ein bisschen töten bis zum krebs wer hat mich jetzt eigentlich abgeschossen für beide tut mir leid dass das sagte herr 0 punkte ich bin die diegel haben ich brauche eine waffe überhaupt irgendwas das ist doch nicht klappt es eigentlich dass wir jedes mal gemeinsam das ist doch richtig ich glaube ich lasse mich in ruhe sagt auch alle kartoffeln ist so schießt vielleicht ich war schon dreimal gott wieso hast du denn er klaut sich die noch oder was ich glaube du hast ja weil das traiter ist richtig ja da ist mir selbst gar nicht so viel habe ich stehe mal hier als puffer falls du kommen sollte falls wieder mit dem bist aber auch wenn es ist vielleicht ist es was für eine kackrunde naja übel zu 300 leben das gar keine chance boomerang ist trotzdem worden ist ja okay ich bin ich mit dem kampf auf die schossen ja nur eine machen Der ist einfach mal kurz liegen geblieben. Okay, dann danke ich euch für's Zuschauen. Seht ihr in der nächsten Folge, wenn wir uns weiter geht mit TTT. Das ist die Boys Team, wir können alle in die Abmord reden. Ihr könnt mich alle mal richtig an der Kojonis knutschen. Bist du das? Auch das. Auch das seht ihr in der nächsten Folge von TTT. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.